So meine Lieben, weiter geht's und zwar hier mit Pikmin 4 in der nächsten Expedition bzw. dem vielleicht wirklich letzten Gebiet, in dem wir Louis und Nelly finden sollen. Nelly soll als Tierärztin natürlich den guten Ort schon behandeln und Louis ist einfach nur doof und den müssen wir einfach nur zurückholen. Es kann nur gut werden, wenn wir uns anstrengen, wenn wir es noch einigermaßen hinbekommen, uns hier jetzt voranzubringen, die ganzen Wege zu erschließen und diese ganzen komischen Pilze da wegzumachen. Mein Problem ist natürlich, dass wir sehr viele Giftpikmin nicht haben. Das heißt eigentlich müsste ich in irgendwelche Höhlen rein, wo es Giftpikmin gibt, um die Population davon erst einmal zu steigern. Das ist viel zu wenig mit 20 Pikmin, die so ein bisschen Gift aushalten. Boah, werden wir nicht viel hinkriegen, das wird schlecht. Sehr schlecht. Höhlenerkundung, ja, müssen wir auch noch machen. Gibt wieder weitere Schätze und gibt vor allem auch weitere Pikmin. Hoffen wir natürlich, dass wir eine Höhle finden, wo wir denn auch Giftpikmin benötigen. Das wäre ganz praktisch. Fortschritt gerade mal 14%, aber auch nur, weil wir dort schon eine Höhle angeguckt haben und in Dandori waren. Ganz toll. Ja, ich glaube, hier war auch die Nachtexpedition. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. So, was nehmen wir? Wir nehmen wieder Eispikmin. Mache erstmal die, die wir noch brauchen, nämlich euch. 25. Den nehmen wir hiervon auch. 25, damit auf jeden Fall noch welche übrig sind, wenn die gefressen werden. Ich habe keine Zwiebel für euch, es tut mir echt leid. Jetzt habe ich 26, ist auch nicht schlimm. Dann nehmen wir 49 Eispikmin. So, auf geht's. Gucken wir mal, ob wir das Wasser in Eis verwandeln können. Das wäre ganz praktisch. Dann können wir hier nämlich weitermachen. Oh, verdammt. Okay, mit dir habe ich nicht gerechnet. Aber das ist auch mehr Schlamm als alles andere hier, ne? Kann das sein? Wir gehen hoch. Wir schmeißen die Eispikmin mal hier rüber. Boah, der ist ja überall. Hoffentlich wird er zu Eis. Jo, wird er. Okay, ich bin im Wasser. Im Schlamm. Oha, was für ein tiefer Sumpf. Schnell zurück auf festen Boden. Sofort. Ja, das hat mir nichts gebracht, die Eispikmin zu opfern. Ich habe ja echt gedacht, wir würden hier das Ganze vereisen können. Aber vielleicht können wir das noch. Ja, können wir. Sehr schön. So, auf ihn. Mach den fertig. Danke. Es scheint richtig ein Geist zu sein, der hier wohnt. So ein Sumpfgeist oder sowas. Transportiert mal alles ab. Dann haben wir das wenigstens schon mal. Hier oben sind noch Pilze. Da könnten wir hoch. Aber will ich da hoch? Ich weiß es noch nicht. So, das nehmen wir erstmal alles mit. Gut gemacht. Sehr schön. Manchmal sind die Flügelpigmen echt praktisch. Die können wenigstens das hier hinkriegen. Komplett. Okay, irgendwas haben wir wieder komplettiert. Das freut mich. Wir können das alles nach Hause tragen. Und schon, du brauchst das Honigzeug nicht. Wir steigen jetzt mal auf dich hier rauf. Das geht schneller. Und dann dürfen die restlichen Eispigmen das hier erstmal alles abtransportieren. Damit wir wieder weitere Eispigmen bekommen. Gut. Das haben wir so weiter. Oben kommen wir erst später hoch. Dafür muss ich hier erstmal weiter machen. Sehr gut. Die ganzen Pilze hier müssen weg. Damit wir uns auch frei bewegen können. Unsere Pigmen sich hauptsächlich frei bewegen können. Denn wir können es ja schon. Ja, wieder eine neue Frucht. Das ist gut. Super gemacht. Okay, noch lässt uns der Pilz in Ruhe. Der tut uns nichts. Theoretisch könnten wir ganz normal durch die Gegend laufen. Ohne Probleme. Aber er wird seine Pilzsporen garantiert ausbreiten. Deswegen auf ihn. Ja, deine Pilzsporen bringen dir nichts. So, ist gut. Weiter rauf, weiter rauf. Alle mal mitkommen. Okay. Ich brauche mehr Pigmen. Das geht so nicht. Das dauert einfach zu lange. 22 haben nichts zu tun. Die stehen oben rum. Das sind auch keine Eispigmen. Das sind Flugpigmen. Und doch auch Eispigmen. Das kostet wieder Zeit, die alle aus dem Boden zu pflücken. Aber ich bin ja jetzt mal froh, wenn der Pilz weg ist. Der hat damals übrigens auch einen Teil gehabt. Das wichtig war für Olimars Raumschiff, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, aufi. Jetzt aber. So, ist gut. Ich rüggel den immer weiter runter, aber er ist noch nicht ganz durch. Damit meine ich nicht gebratene Champignons. Bleibt hier. Er hat eine Birne dabei gehabt. Tja, warum auch nicht. Obwohl doch, ihr dürft saugen. Ihr habt es euch verdient. Okay. Ja, aufsteigen. Dann transportiert das mal ab. Ich werde hier weitermachen. Okay, okay. Okay, wir können die Shepard hier nicht herrufen. Ach Quatsch, die Beagle. Was natürlich sehr schade ist, aber da müssen wir durch. Da haben wir auch noch was, was wir mit nach Hause nehmen können. Ja, dann transportieren wir erstmal wirklich alles ab. Denn sonst haben wir noch viel zu viel zu tun und ich brauche sowieso Rohmaterial ohne Ende. Wo wollt ihr denn lang? Hier oben. Ob das so gesund ist? So schön. Nehmt die Läuse gleich mit. Das ist völlig okay. Und dann dürft ihr hier schon mal graben, sodass wir gucken können, was sich hier hinten befindet. Vielleicht haben wir einen Rundgang geschaffen. Das wäre auch ganz nett. So, Otchen dürfte durch den Sumpf eigentlich nicht durchkommen. Das heißt, wir müssen irgendwie anders versuchen, an die ganzen Sachen dort hinten ranzukommen. Ohne Otchen. Sehr gut, kommen alle mit. Dann versuchen wir erstmal dort oben die Trauben zu kriegen. Und da sind auch noch Giftviecher unterwegs. Die werden wir uns auch noch holen. Komm mal her, Otchi. Otchi. So, jetzt hat er auch nochmal ein bisschen stärker. Gott sei Dank. Und oben sind die Pikmin fertig. Das ist gut. Aber erstmal muss ich die Giftviecher hier hinbringen. Denn dort oben habe ich noch böse Käfer gesehen. Die müssen erstmal weg, bevor wir uns um irgendwas anderes kümmern können. Gut gemacht. Den Rest nehmen wir später mit. Da haben wir schon eine Höhle entdeckt. Okay, gut zu wissen. Hier waren wir bereits. Die Frage ist wann. Ach, hier stand ursprünglich die Shepard. Äh, die Beagle. Ach so. Okay. Ja gut. Dann sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Wir haben sozusagen dort alles gefunden, was für uns wichtig ist. und nehmen den Rest hier noch mit. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, fünf, sechs, sieben. Ja, ja. Hilfen wir noch mit. Ist okay. Und der Rest nimmt das hier alles mit. Okay. Ah, dann haben wir das alles mitgenommen, was so außenrum lag. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, noch dort hinten hochzukommen. Dafür brauchen wir das Rohmaterial, das wir jetzt einsammeln und eingesammelt haben. Auf geht's. Alle, die fertig sind, kommen schon mal mit. Ich brauche euch nämlich. Ihr müsst da noch das Garn runterlassen. Viel Spaß. Die Brücke war auch schon fertig. Da haben wir das dann Dorital fertig gemacht. Ihr kommt wieder mit. So, ist gut. Ihr kommt bitte auch mit. Das Eis dürfte gleich schmelzen. Das ist aber nicht schlimm. So, das Eis ist geschmolzen. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir da drüben hinkommen. Und wo uns die Pikmin dort etwas freigegraben haben. Und flup, flup, flup. Wo sind wir hier und was machen wir hier? Hier haben wir wieder einen Punkt, wo wir die Shepard landen lassen können. Das ist sehr gut. Vielleicht auch der letzte Punkt für die Nachtexpedition. Das wäre toll. Och Gott, verdammt. Okay, mit dir habe ich nicht gerechnet. Flügelpigmen können zwar nicht viel ausrichten, sind aber besser als nichts gegen ihn. So, ist gut. Drei Stück sind noch übrig. Das reicht auf jeden Fall, um ihn kaputt zu machen. Das geht. Und rüber. Wo will er hin? Nein, 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 nein. Du haust mir hier nicht ab. Tatsächlich ab, doch. Geschafft. Okay, kommt alle mit. Wow. Naja, jetzt können wir die Beagle hier landen lassen. Basis verlegen. Das heißt auch, wir können sie in der Nacht nutzen. Das ist sehr praktisch. Alles bitte freimachen. Vielleicht kriegen wir dadurch noch irgendwas Schönes. Aber ich glaube ja nicht. Das ist nur zur Deko. Oder wir können in der Nacht dann hier noch ein bisschen was an Kristallen fahren. Das wäre natürlich auch praktisch. So, wir können die Wand einkloppen. Ich hole die restlichen Pikmin. Da oben ist das andere Vieh. Und wir brauchen irgendwie Orchi. Und da waren wir schon mal. Das heißt, Orchis... Orchis. Orchis kann auf jeden Fall hierher. Ja, Auftrag. Komm her. Such dir deinen Weg. Wir gehen den anderen. Denn wir müssen dort oben sowieso hoch. Ich bin so froh, so viele Giftpigmin überhaupt noch zu haben, Leute. Ich weiß, ich hätte mehr haben können. Und bin selber schuld, dass das nicht so gut funktioniert hat. Aber es läuft. Mein Gott. Schnell, du musst helfen. Ich habe geholfen. Alles gut. Die Frage ist, wie kriegen wir das Zeug denn jetzt hier raus? So, die Eispigmin könnten das hier abtransportieren alles. Aber es ist nicht möglich. Orchin ist angekommen. Sehr gut. Immerhin. Ihr müsst euch einen anderen Weg suchen. Das geht hier nicht lang. Orchin, komm. Noch lassen die uns in Ruhe, die Gegner. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich. Die Gegner wurde entfernt. Das ist er hier. Er hat oben ein Loch. Soll ich da was reinschmeißen? Das würde ich ungerne. Wo führt uns der Weg hier hinten lang? Hier hin? Ach so. Hier waren wir auch schon. Oh Gott, ich sehe nicht mehr durch. Wirklich nicht. Ich glaube, das ist das Anfangsgebiet, ne? Und hier ganz oben waren wir auch noch nicht. Boah. Ihr macht es mir auch nie einfach. Oh Gott, schon kommt hier gar nicht hoch. Das bringt mir auch nichts hier weiter zu machen. Da drüben ist noch ein Dori-Typ. Hier waren wir soweit. Wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Läuse weg. Damit die in der Nacht nicht auferstehen. Noch sind alle Pikmin bei uns. Zehn haben im Moment nichts zu tun. Wo stehen die rum? An der Zwiebel. Ja, an der Zwiebel ist okay. Da überlebt ihr wenigstens. Oh. Er nur wieder. Und Tschüssikowski. Da ist noch so ein Teil. Die scheinen ja irgendwas Besonderes zu sein, wenn die so häufig vertreten sind. Und da oben ist Louis. Ja, Louis, du kommst später dran. Du bist jetzt nicht wichtig. 15 Pikmin haben nichts zu tun, aber kein Pikmin ist in Gefahr. Das heißt, alles ist noch in Ordnung und hier müssen wir später auch noch ran. Ich glaube, hier haben wir auch einen der Landepunkte gehabt für die Nacht und haben hier noch ein bisschen was an Kristallen gesucht. Boah, was für eine anstrengende Umgebung. Meine Güte. Aber gut, das ist Herausforderung, wie ich sie mag. Viel entdecken, viel haben, viel aufbauen. Keine bösen Viecher, die uns irgendwie nerven könnten. Und das macht schon eher Spaß. Das ist so eher meins. Aber immerhin, wir sind so ziemlich an jedem Punkt gewesen. Und ich habe ja gedacht, dort, wo wir den einen Dory-Typen gefunden haben, der vor einem Gitter steht, kämen wir ohne Orgin ja nicht durch und müssten erst mal den Rest machen. Müssen wir auch. Wir müssen ja dort oben den Goldbarren und den Rest holen. Aber wir haben schon mal viel vorbereitet, sodass wir rundherum gekommen sind. Und das ist nirgendwo ein Ort, an den wir nicht auch so kämen. Das ist schon völlig okay. Also ich denke, wir kriegen das hin. Lasst uns noch so ein, zweimal hinfliegen und dann ist das auch geschafft. Ich habe leider keine neuen Leute gerettet. Es tut mir leid, meine Lieben. Da steht jetzt umsonst Spalier. Gesammeltes Glycerium, immerhin ein bisschen was und damit den Fortschritt auf 16% erhöht. Wir haben leider ein Gift-Pigmin, ein Flug-Pigmin und sieben Eis-Pigmin verloren. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir da so einer Riesenspinne begegnen. Ah, was denn? Das war zu Hause. Eines Tages hat mein Körper einfach angefangen zu leuchten. Das ging drei Tage lang so. Hm, daran erinnere ich mich gar nicht. Vielleicht hast du das nur geträumt. Denk am besten nicht weiter darüber nach. Hoffentlich fällt ihm der Rest nicht auch noch ein. Okay. Spanel hat Experimente mit Digo gemacht. Der Arme. Rettungsmission Tag 46. Bist du bereit, Odgin? Wir müssen gleich wieder los. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie großartig warten auf irgendwas. Steigen wir auf. Gehen wir mal gucken, ob noch irgendjemand was hat. Nö. Neuer Look. Auch das. Und dann geht es weiter in die nächste Expedition, meine Lieben. Freude euch. Ich freue mich nicht, weil wir so viel zu tun haben. Urwalddickicht erkunden. Ja, meine Lieben. Im Urwalddickicht gibt es noch ein paar Orte, die wir bisher nicht haben. Wir werden auf jeden Fall auch noch ganz viele Höhlen machen müssen. Wir müssen auch Louis noch entgegentreten. Das machen wir zuletzt. Wir haben ihn ja schon gesehen. Wir wissen ja ungefähr, wo er ist. Wir versuchen jetzt erstmal in den Goldbarren zu kommen und natürlich auch diese riesen komischen Krebse da kaputt zu machen. Was auch immer das für Viecher sind. Ich habe keine Ahnung. Aber wir geben unser Bestes, diese dann auch zu zerstören. Dafür werde ich hauptsächlich aber Pigment mitnehmen, die auch kämpfen können. Das heißt Rot und Eis. Die Giftpigment, ja, schön und gut. Könnte ich vielleicht zehn Stück mitnehmen. Einfach bloß, dass die dann auch nochmal so ein bisschen was kaputt machen können, falls wir irgendwas Giftiges finden. Aber im Groben und Ganzen bringen die mir hier überhaupt nichts. Die Flugpigment genauso wenig. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt als Option zum Auswählen ausgewählt wurden. Eispigment, Feuerpigment, Giftpigment. Das sind die, die wir brauchen. So, Feuerpigment. 35 Eispigment. 33, weil zwei stecken noch im Boden. Zehn von euch noch. Und dann kann ich hier auch nochmal fünf. Machen wir nochmal fünf. Dann haben wir 45 und hier auch nochmal 43. Super, dann haben wir genau 100. Zieh doch die anderen beiden raus. Hast du auch alle Pigmentkeime gepflückt? Ja, gerade eben. Danke für die Erinnerung. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir dieses Riesenteil herkriegen. Und töten können. Hier vor habe ich auch Respekt. Also da habe ich auch Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir wissen ja, unser Sumpf, ja, hat nichts Schönes zu bieten. Ey, Präsident, der Befehl sofort ein Abo dazulassen. Sonst. Sonst was? Genau.